Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im GOP-Studio informieren wir Sie jeden Mittwoch ausführlich über alles, was Sie für einen vorteilhafteren Einkauf wissen müssen. Sie erfahren, was GOP in Sachen Umweltschutz unternimmt, wo und wie Verpackungsmaterial eingespart wird und wir stellen Ihnen immer wieder die wichtigsten Neuheiten und interessantesten Aktionsangebote vor. Es gibt aber noch ein weiteres Medium, das Sie über all das und noch vieles mehr informiert. Die GOP-Zeitung, eine der meist gelesenen Zeitungen der Schweiz. Wenn man GOP-Mitglied ist, findet man sie jede Woche im Briefkasten und zwar gratis. Das Spektrum der GOP-Zeitung ist sehr breit gespannt. Neben den bereits erwähnten Konsumenten- und Wirtschaftsinformationen umfasst redaktionelle Konzepte auch Elemente wie Familie und Soziales oder Kultur und Tourismus und viel Sorgfalt wird auch der Regionalseite gewidmet. Heute ist übrigens ein besonderer Tag für die GOP-Zeitung. Sie hat nämlich ein neues Gesicht bekommen, luftiger und leichter. Die Gestaltung ist noch leserfreundlicher geworden mit vielen Bildern und Illustrationen. Grund genug für uns einmal zu schauen, wie die GOP-Zeitung entsteht. Die einzelnen Beiträge werden von der Redaktion besprochen. Vorschläge werden gemacht, kritisiert, genehmigt oder verworfen mit dem Ziel, leser umfassend, aber kurzweilig und unterhaltend zu informieren. Zusammen mit der Grafiken wird anschliessend das Layout der Zeitung erarbeitet. So wird eine Seite fertig gemacht. Der Text wird eingesetzt, die Farbe bestimmt und wenn das Bild eingepasst ist, wird die Seite belichtet. Und da sind wir jetzt in der Druckerei. 1,2 Millionen Exemplare werden auf dieser Offset-Rotationsanlage in 33 Stunden gedrückt, in drei Sprachen und mit verschiedenen Regionalausgaben. Die GOP-Zeitung kommt, wie bereits am Anfang erwähnt, jede Woche auch zu Ihnen ins Haus, falls Sie GOP-Mitglied sind. Und GOP-Mitglied werden kann man ganz einfach mit dem Anmeldeformular, das in allen GOP-Läden erhältlich ist. Eine komplette Auflistung von allen Aktionen ist auch in der neuesten Ausgabe der GOP-Zeitung. Wir zeigen Ihnen gerade anschliessend eine kleine Übersicht. Das Kilo ausländische Spargel kostet bei GOP nur 8,50 Euro. Und 100 Gramm Hinderschinken gibt es offen oder verpackt für nur 1,75 Euro. Den Kodakolor Gold 100 Film kommen Sie über im Duo für nur 9,50 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen diesen schönen Osterstrauss für nur 12,90 Euro. Und in den GOP-Restaurants mit Selbstbedienung kommen Sie eine gefüllte Kalbsbrust nach Jägerart rüber, mit Hörnli, Rüebli und Erbsli für nur 9,50 Euro. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie wieder einmal daran erinnern, dass man mit unseren Aktionsangeboten im Schnitt 20 bis 25 Prozent einsparen kann. Es lohnt sich also, regelmässig darauf zu achten. Im Markenfenster heute wieder eine ganze Reihe von bekannten Produkten, die Sie bei GOP einkaufen können. Als erstes möchte ich Ihnen den Medaidor vorstellen, den Kaffee mit dem Aroma zum Verlieben. Jakobs Medaidor aus Liebe zum Aroma Vielleicht weckt der nächste Spot auch bei Ihnen wieder Kindheitserinnerungen. Es geht um «Bon Maman». Eine Neuheit von Galactina, nämlich Kindernahrung mit Gemüse aus biologischem Anbau, ist jetzt ebenfalls bei GOP erhältlich. 24 herrliche Mahlzeiten, die speziell auf Bedürfnisse der Kleinen abgestimmt und fixfertig zubereitet sind. Kleinkind sind ganz speziell empfindlich auf der Nährung. Darum müssen die Gläsli-Mahlzeiten für unsere Kleinen nach dem Lebensmittelgesetz 10 Mal weniger Schadstoff enthalten, als für Erwachsene erlaubt ist. Kindernahrung mit viel Gemüse aus dem Biogartenbau ist somit ein weiterer Beitrag von Galactina und GOP an die Vernunft, an das Wohlbefinden von Ihrem Kind und an den biologischen Landbau. Damit sind wir schon wieder am Ende des heutigen GOP-Studios. In einer Woche sehen Sie dann bei uns unter anderem einen ausführlichen Beitrag über die Natura-Textilien, die aus unbehandelter Baumwolle hergestellt werden und neu bei GOP erhältlich sind. Bis dann, auf Wiedersehen!